Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute guckt man uns das Vorschau-Video zur neuen modischen Kleidung von Kirara und von Nilo an, aber vorher haben wir noch die jeweils eigene Vorstellungsseite davon. Also im Endeffekt spoilern wir uns jetzt selber, aber ja, mal gucken, ich hab das Video noch nicht gesehen. Passt besser auf, hier treibt sich eine diebische Katze herum, Kiraras neue Kleidung gestiefeltes Phantom. Genau, Kiraras neue Kleidung gestiefeltes Phantom wird nach der Aktualisierung auf Version 4.8 verfügbar sein. In der zeitlich begrenzten Aktion Sommer, Drache, Märchenland, also der Sommeraktion, wird sie kostenlos zu erhalten sein. Seht sie euch an. Genau, haben wir jetzt eigentlich schon genügend Vorschauen gesehen. Kiraras Kleidung, die märchenhaft nobel des Schwert schwingende Nekomata, die listige junge Botin der Wünsche, bestellt ihre besten Grüße. Hier sind noch ein paar Animationen. Und dann nochmal die Rückansicht und die jeweilige Seitenansicht. Und das ist im Kampf. Animationen. Wenn wir hinaufklettern, über Dächer springen, nichts Neues für mich. Genau, also man kann sie während Version 4.8 gratis bekommen. Nach 4.8 kann man sie dann für 1680 Schöpfungskristalle kaufen. So, und dann noch Nilou, Atem des Sabaa. Ähm, genau, wird auch verfügbar sein. Genau, und sie kann man natürlich nur kaufen. Also 5-Sterne-Figur-Kleidung kann man ja leider immer nur kaufen. Nilou ist elegante Kleidung. Ein federleichtes, scheinbar aus 1000 Blumen gewobenes Kleid, das wie der Ostwind zur Morgendämmerung von einem feinen Duft begleitet, gute Wünsche aus dem Land der Märchen mitbringt. Genau. Das ist Animation 1. Genau, nochmal die Rückansicht, Seitenansicht. Genau wie beim Üben des Tanzes für das Sapserutsfest, das kann ich noch nie aussprechen, konnte sie zunächst keinen Reim daraus machen, aber nach vorsichtigen Versuchen und vielfachen Wiederholungen konnte sie die Schritte schließlich auswendig lernen. Nilou glaubte, dass sie, auch wenn sie eine Zeit lang keine Magie anwenden konnte, den Menschen immer noch Segen und Hoffnung bringen könnte. Das ist ihre Spezialfähigkeit. Was sonst? Fäden können die nicht nur Tau und Nektar trinken. Alter Kleidung, naja, erstmal reduziert für 1350 Schöpfungskristalle während 4.8 bis zum 26. August und danach halt auch für 1680. Aber sie kann natürlich nur gekauft werden. Lediglich rabattiert jetzt wären 4.8 und danach halt dann für den vollen Preis. So, dann muss ich mal kurz gucken, ob das hier passt. So, jetzt passt's. So, jetzt passt's. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass sie nie die Maske trägt, irgendwie. Ach so, in ihrer Boxform, wenn sie in die Boxform geht, da trägt sie die Maske oder wie? Ja, okay. Ja, es gibt bestimmt irgendeine Animation, wo sie sie trägt, aber... Bei Nilo ist halt mein Problem einfach... Also, ich sag ja gar nicht, dass es schlecht aussieht. Das ist gar nicht mein Argument. Mein Problem ist einfach nur, es sieht halt jetzt nicht so krass viel anders aus als ihre normale Kleidung. Also, ihre normale Kleidung ist hellblau-gold. Und das ist jetzt dunkelblau-weiß. Und ihre normale Kleidung ist irgendwie dreiteilig oder so. Sie hat irgendwie so einen Schleier und whatever. So genau kenne ich sie gar nicht. Ich besitze, ich hab nicht mal Nilo. Aber, ähm, ja, man weiß halt, wie sie aussieht normalerweise einfach. Und ich finde halt jetzt, es ist einfach zu ähnlich irgendwie. Ich meine, klar, sie können nichts machen, was den Charakter... Sie können jetzt keinen Anzug anziehen oder so. Es muss ja zum Charakter weiterhin passen. Aber wie gesagt, ich finde einfach den Sinn... Also, ich meine, sie verlangen recht viel Geld dafür. Und ich persönlich finde halt einfach, dass es... Ja, keine Ahnung. Ich finde es einfach zu wenig. Für das Geld auch einfach irgendwie ist es mir zu wenig. Also, ich meine, ich bin sowieso free to play. Aber wenn ich Geld ausgeben würde, dann würde ich mir schon wünschen, dass es halt... Naja, so wie bei D-Log halt. Wobei, die D-Logs Outfit sieht jetzt auch nicht so krass viel anders aus. Aber es hat zumindest andere Animationen von den Fähigkeiten, I guess. Also, es hat zumindest da den Punkt. Ja, schwierig. Für mich. Es sieht nicht schlecht aus. Ich habe nie gesagt, dass es schlecht aussieht. Das ist nicht das, was ich sage. Es gab ein bisschen so... Man könnte fast sagen, es ist Furina-Farben. Aber gut, das ist jetzt eigentlich nur ein Joke. Ja, das war die Übersicht. Also, wie gesagt, eh nur eine Minute 20 lang. Gut, das sind neue Kleidungen. Was will man jetzt da ein ewig langes Video draus machen? Genau. Also, ihr wisst Bescheid. Kirara gratis. Also, sowohl die Figur als auch die Kleidung. Nilou nur kaufen. Und während 4.8 rabattiert. Und danach zum vollen Preis. Finde ich auch den Rabatt. Könnten sie ein bisschen krasser machen. Also, vielleicht 50% oder so. Aber gut, besser ein bisschen als gar nichts. Genau. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie immer, ich würde mich sehr über ein Like, ein Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Genshin Impact Video wieder dabei. Macht's gut, hauts rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.